Einen wunderschönen guten Morgen. Bessere Sprachaufnahmen auch ohne externes Mikrofon, das war mein Ziel. Und diese Lösungen, die gibt es dafür. So lautet mein Pitch für dieses Video. Software kann natürlich nur arg begrenzt gegen ein großes, ein separates Mikrofon antreten. Und das ist sehr vorsichtig formulär. Trotzdem gibt es sie, die kleinen Tools und Werkzeuge, die eure spontanen, eure quick and dirty Sprachaufnahmen ohne zusätzliches Equipment besser machen.